Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Imscom auf der Sony Playstation 3. Ich spiele heute Call of Duty Modern Warfare 3 Herrschaft. Heute mal Village. Rahmencode CODE ist heute mal nicht dabei, also der Freund von Alberto. Der ist offline. Nach 20 Stunden online zocken würde ich auch mal die PS3 ausmachen. So, wenn Sie hören, wie das Ims losgeht, ist es zu spät. Herrschaft Village angesagt. Leg mal los. Äh, Waffen, genau. Zu den Waffen. Welche Waffen nehme ich denn? Ich zack hier jetzt einfach mal durch. Ich mache es einfach mal in meine Augen zu und guck mal. Und stopp. Okay. Das Einsatzschild und die P99, Blinder-Babacher, Attentäter und der Lagebericht nehme ich heute mal mit. Dann gehen wir gleich mal hier vor. Gucken wir mal zur Flagge B. Flagge B, Flagge B, wo ist die Flagge B? Aha. Da vorne haben wir es. 40 Punkte, Assi. Sehr schön. Oh. Schau dich das an, das ist diese komische Bombe da. Ah, ha. Sehr schön. Ich glaube, ich nehme eine andere Waffe. MP5 und die SMAW. Oh, ist in der Führung. Sehr gut. Der schießt ja schon auf mich. Der schießt ja schon auf mich, aber nicht mit mir. Guckt euch den Sniper an. Fühlt sich schon in Sicherheit. Was er ja leider nicht ist. So, erobern sie C. C. Ah. Ja, ja. Das könnte was werden. Das könnte was werden. Das ist sehr gut. Wir haben C erobert. So, was ist denn über die Kisten hier? Ah. Da hat es doch was auf mich abgesehen. Am besten schmeiße ich da mal eine Granate hin. Aha. Gerade noch entdeckt, aber leider zu spät. Naja, die SMAW ist ja immer noch an Bord hier. Das Todesrohr. Na, 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 na. Boah, der Spadeguss von hinten. Hier mit Fingerfertigkeit pro Atemeter pro Meisterschütze pro ohne Aufsätze. Klasse 2 schießt er mich von hinten ab. Na so, ich glaube, ich muss wieder in die Klasse gehen. Ich nehme heute mal die Gs. Na, 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 na. UMP45 MP412 ist es angesagt. Ah. Einen hab ich gestreift. White Boy 7-3-Siegel. Spiegt hier auch schon. Und das. Das sah aus wie ein Indianer Jones. Ah, ein roter Punkt. Ha, hab ich entdeckt? Ja, hab ich entdeckt. Roter Punkt auf dem Boden. Spielverderber. 200 Punkte. Man muss natürlich aufpassen, was man tut. Nicht auf dem Boden schelten. Nicht auf dem Boden schelten. So. Guck mal, die Scoreliste hier. Platz 4 nämlich gerade noch. Okay, machen wir mal wieder zu C. Vorhin haben wir ja auch C erobert. Das erobern wir nochmal. C. C. Ha, 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 hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Ah, da ist er! Da ist Alberto. Aus der Ecke. Die Bananen haben ihn angelockt. Und er durfte Chicken Wings. Mh. Ja, gesehen hab ich ihn keinen schon. Leute, aber... Wo er jetzt hin ist. Das kann ich euch nicht beantworten. Guck mal. Hat nur auf mich gewartet. Äh, ich glaub die Map. Die spielt in Afrika. Ups. Entschuldigung. So, lassen wir jetzt einfach mal weg hier. Oh. Oh, der war gut. Der war sehr gut. So schnell konnte ich gar nicht mal reagieren. Ah, eine sichere Weste hier. Eine sogenannte... Ballistikweste. Bringt zwar sehr wenig, aber... Oh. Oh. Die Weste gibt mir einen Kill. Also. Seht ihr das? Habt ihr das gerade gesehen? Ja. Er wollte mich mit dem Messer ausschalten. Da muss man natürlich immer aufpassen, weil... Die Leute, die messern sehr gerne, wenn der Fein nah ist. Sondern die benutzen kaum noch die Waffe. Ja, 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 ja. Oh. Leute, von hinten. 150 Punkte. Alberto ist tot. Bananen haben ihn angelockt. Bodeszeug. Ah, eine Grenade. Eine Grenade. Leute, eine Grenade. Oh, was haben wir denn hier noch? Lecker, mattiges Filet. So. Hier ist wieder eine ganz gefährliche Situation. Einfach mal versuchen. Glück. Das Glück. Granate werfen und... Oh. Ist nichts passiert. So, Leute. Oh, habt ihr den Camper gesehen? Sniper Camper. Mamma mia. 250 Punkte zahlt der Camper ist ausgeschaltet. Ich hoffe, er lernt daraus. So, das Spiel kann ich sehen. Okay, hier. Das war's eigentlich schon wieder. Von euren YouTube Gamescom. See you later. Alligator. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.